Moin Leute, hier ist wieder Alex. Herzlich Willkommen zum Tag 3 des GTG Trainings. Von gestern erstmal kurzer Bericht. Ich habe gestern gar nicht so richtig mitgezählt, wie oft ich trainiert habe. Ich glaube aber ich habe mehr trainiert als am Tag 1. Ich merke es auch ganz leicht hier am Ellbogen. Das kennen wahrscheinlich viele, so eine leichte Überlastung, die sich anbahnt. Deswegen noch mal der Hinweis, wärmt euch wirklich richtig gut auf, damit sowas eben nicht passiert. Ich habe euch ja gestern versprochen, dass ich heute mal kurz zeige, was ich so als Erwärmung mache. Gerade für Plancho und Frontlever. Bei mir zu Hause habe ich hier nicht so die Möglichkeit, kurz rum zu rennen. Deswegen ist ganz viel Armkreisen, Handgelenkkreisen, Ellbogenkreisen viel Bewegung der Gelenke dabei. Kurze Anspannung der Muskulatur in Endphasen oder Endpositionen. Und ja, das mache ich einfach so lange, bis ich mich einigermaßen warm fühle. Wichtig ist noch, den Rumpf einigermaßen zu erwärmen. Das heißt also ein paar Bewegungen mit einzubauen, die auch den Rumpf bewegen, mobilisieren, erwärmen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach ein paar Übungen. Ihr seht schon im Hintergrund, mein Gerüst ist weg. Es wird gerade umgebaut. Ich bin gerade dabei, ein neues Gerüst zu bauen, was ein bisschen stabiler ist. Und ja, nicht ganz so hoch. Da können wir dann auch besser filmen. Dazu gibt es dann auch später noch ein kleines Tutorial, wie ich die ganze Anlage dann aufgebaut habe. Das könnt ihr euch dann demnächst hier auf dem Channel angucken. Jetzt erstmal zur Erwärmung. Also ich fange erstmal immer an mit dem Handgelenkskreisen. Gerade für Planche finde ich das sehr wichtig. Kreise das hier immer ein bisschen hin und her. Ich mache das jetzt nicht so lange, wie ich es sonst machen würde. Weil sonst das Video einfach zu lang wird. Dann kurz hier mal Mobilisierungsübungen vom Handgelenk. Ruhig dabei auch mal hier ein bisschen drehen, kurz halten, in die Handrichtung drehen, hier drehen. Achtet dabei immer darauf, dass ihr die Muskulatur, die diese Bewegung ausführen würde, mit anspannt. Also nicht einfach nur passiv dehnen, sondern passiv dehnen und aktiv mit anspannen. Dann könnt ihr natürlich einzelne Handkreisen machen, die Arme oder die Hände vor- und zurückklappen, in den Endpositionen immer kurz halten, unter größter Anspannung. Das macht ihr einmal mit gebeugtem Ellbogen, einmal mit gestrecktem Ellbogen. Dann mal nach oben gedreht, also supiniert, dann nach unten gedreht, also proniert. So, dann mache ich ganz gerne hier dieses, wie nennt man das, Boxbirneboxen vielleicht, keine Ahnung. Unterarm kreisen vorwärts. Dabei achte ich eher darauf, dass das eine elliptische Bewegung ist, also keine Kreisbewegung, sondern eher eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung und einfach nur aneinander vorbeigehen. Wenn ihr koordinativ noch was einbauen wollt, versucht mal entgegengesetzt zu kreisen. Ist auch immer ganz witzig. Das heißt also, ein Arm dreht vorwärts, der andere dreht rückwärts. Wenn ihr die Übung macht, könnt ihr einmal die Handgelenke nach vorne zeigen lassen, dann Handgelenke nach hinten zeigen lassen. Dabei die Subination und Pronation, also die Unterarmdrehung, immer maximal anspannen. Versucht große Bewegungen zu machen, dass der Ellbogen möglichst weit bewegt wird immer. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit angebeugten Händen machen. Auch wieder nach innen gedreht. Und dann in die andere Richtung. Und wieder gedreht. Das ist eigentlich schon eine schöne Erwärmung für die Handgelenke und für die Ellbogen. Dann mache ich ganz normal entgegengesetzt das Arm kreisen. In Richtung Mühlarm kreisen. Da könnt ihr darauf achten, dass ihr den Oberkörper schön mit eindreht. Da habt ihr schon mal für den Oberkörper eine kleine Mobilisation. Das Ganze geht auch rückwärts. Beim entgegengesetzten Kreisen könnt ihr das natürlich auch machen. Nicht einfach hier stumpf dastehen und einfach irgendwie drehen, sondern wirklich aktive Bewegung. Den Oberkörper mitdrehen, sodass möglichst viel warm gemacht wird. Was ich auch immer wieder sehr schön finde, ist das Fahrradfahren. Also ihr macht mit den Händen eine Fahrradfahrbewegung. Da habt ihr die Schultern, die Ellbogen mit dabei. Und ihr könnt jetzt auch hier wieder den Oberkörper schön mit einsetzen und schön extrem mitdrehen. Das Ganze geht auch rückwärts. Und hier gibt es auch wieder eine schöne koordinative Komponente, indem ihr es entgegengesetzt macht. Achtet immer drauf, schöne große Kreise zu machen. Gut, das Ganze geht natürlich auch andersrum. Dann, was ich sehr schön finde für den Oberkörper, einfach hier nach hinten drehen, kurz halten und zur anderen Seite. Versucht wirklich die Spannung im Oberkörper mitzumerken, gerade im Rücken. Was ich auch schön finde, hier seitlich die Arme nach oben und hier die Seite etwas strecken. Dadurch wird auch die Wirbelsäule ein bisschen mobilisiert. Und ihr habt außerdem noch mal eine Ellbogen- und Schulterbewegung mit dabei. Das Gleiche könnt ihr hier nach vorne und nach hinten machen. Auch schön für Schulter, Ellbogen und den Oberkörper. Dann könnt ihr hier auch wieder mit verschiedenen Handgelenksstellungen arbeiten. Das Ganze nach oben drehen und wieder strecken. Ja, was ich vorhin sagte, noch mal in die Maximalstellung gehen. Das heißt also, Ellbogen gestreckt und hier jetzt noch mal richtig die Unterarme anspannen, also die Fingerspitzen Richtung Ellbogen führen. Dann das Ganze noch mal proniert, also nach innen gedreht. Das Ganze hier vorne. Dabei könnt ihr auch hier mit euren Ellbogen noch mal in der Schulter sozusagen eine Drehbewegung ausführen. Versucht dabei aber die Handgelenke bzw. die Hände gerade zu lassen. Gerade wenn ihr dann hier den Ellbogen nach oben dreht, merkt ihr, dass hier diese, ja, das, wo ich jetzt meine Überlastung habe im Ellbogen, in der inneren Seite des Ellbogens, dass das schön warm gemacht wird bzw. mobilisiert wird und belastet wird. So, das Ganze auch noch mal so. Genau. Und ja, das war es eigentlich schon. Ihr könnt gerne auch noch eine Art Oberkreisen, äh, Oberkörperkreisen mit einbauen. Auch immer schön. Macht diese Übung immer schön langsam und geführt. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich aller möglichen Übungen bedienen, die Schultern, Ellbogen, Handgelenke, Oberkörper warm macht oder mobilisiert. Wichtig ist einfach nur, dass ihr selber das Gefühl habt, warm zu sein und für das Training bereit zu sein. So, ähm, ich bin jetzt warm. Ich gehe noch ein paar kleine Übungen machen und werde dann heute mein sechstes Training durchführen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, Alex. Der Na ways Perfect. Weiter geht's. Das ist einfach noch eine机 �sheim. Wichtig ist einfach nicht. Aber wir sehen uns